Ein Stoma ist ein künstlicher Darmausgang. So ein Stoma kann angelegt werden entweder auf Höhe des Dünndarms, wie zum Beispiel ein Iliostoma, oder auf Höhe des Dickdarms, ein Kolostoma. In manchen Krankheiten braucht man ein Stoma, vor allem ein Kolostoma, auch mal für immer, vor allem bei Enddarmkrebs, wo der Schließmuskel entfernt werden muss. Aber in den allermeisten Fällen wird ein Stoma angelegt für eine gewisse Zeit, einfach vorübergehend, um den Patienten zu verbessern und wird nachher wieder zurückverlegt. Untertitelung des ZDF, 2020